hallo dieses video weil mein fahrrad blau ist zwar ist es jetzt knapp zwei jahre her da bin ich mit meinem fahrrad hier von einem wohnort önsbach ein kleines dorf zu einer nächsten stadt gefahren um dort einzukaufen das sind hier alles felder und wiesen und daneben führt ein fahrradweg her parallel zur straße hier am ortsanfang ist ein großer einkaufsmarkt check in und da bin ich auf den parkplatz gefahren und in den laden rein und als ich hier von meinem dorf aus zu der landstraße gefahren bin und auf dem fahrradweg abgebogen bin habe ich drei oder vier junge männer die auf dem fahrrad fuhren überholt die unterhielten sich angeregt und waren in ihr gespräch vertieft ich bin daran vorbeigefahren und in dem augenblick als ich an ihnen vorbeifuhr sie überholt habe erhöhten sich die köpfe das heißt die stirn gegen so ein ganzes stück höher war mehr zu sehen und da war ich natürlich sehr verwundert und dachte oh was ist los ein zauber oder ist wie im märchen und fuhr in gedanken weiter hier durch das mini dorf vautenbach durch dann hierher zu dem einkaufsmarkt und bin auf den parkplatz gefahren auf dem aus mehreren richtungen schmale straßen zusammenführen zum eingang und vor den eingangstoren ist ein fahrradständer da bin ich hingefahren es war ziemlich viel verkehr da musste ich aufpassen beim fahrradfahren ein bisschen balancieren das war nicht irgendwo aneckt und es kamen mir menschen entgegen die aus ihren autos ausgestiegen waren und richtung einkaufswagen ging oder aus dem supermarkt heraus kam bei denen auch sich die stirn erhöht hatte der kopf also verlängert ist ich würde mal so sagen vielleicht ein viertel der menschen die mir begegnet sind hatte das waren nicht alle und die meisten bei denen das war die waren fröhlich drauf waren vielleicht etwas auch erstaunt aber sie lächelten und waren gut drauf und unsere blicke haben sich begegnet sind sich begegnet und wir haben uns auch so angeschaut und gelächelt das war so ein moment man könnte sein fast wie eine erinnerung an ein altes sein einen anderen zustand aus der vergangenheit wo man das vertraut ist dass der kopf länger ist die stirn höher ist also ein bisschen so wie alien aber menschen gesicht ein bisschen diesen hauch hatte es im supermarkt war es auch so bei einigen und es hat mich natürlich berührt und bewegt und nachdenklich gemacht ich habe schnell ein paar sachen zusammen gesucht eingekauft dann wieder eingepackt beim fahrrad und bin mit dem fahrrad wieder nach hause gefahren an der anderen seite der landstraße her wo auch alles acker ist oder wiese also sehr schön zu fahren und dann hier in mein dorf rein in meinem dorf war es auch so sind mir einige menschen begegnet ich habe manche gesehen bei denen das auch so war auch nicht alle sondern vielleicht ich weiß nicht wie viel das waren vielleicht sechs sieben die mir begegnet sind oder die ich gesehen habe ja dann bin ich also zu hause gewesen habe den einkauf ausgepackt und dann überlegt was ist los es hat sicher etwas verändert etwas getan und zwar könnte man sagen doch während ich überlegt habe ist es fast so als würde sozusagen eine parallel existenz die geschieht die geschieht sozusagen zur selben zeit auch an diesem ort aber nur in diesem moment den ich erlebt habe hat sie sozusagen die realität durchdrucken so dass man sie wahrnehmen kann sehen kann das heißt dieser erhöhte kopf ist vielleicht immer da nur wir sehen ihn nicht und er ist für unser da seien auch nicht fassbar existiert aber oder es ist eben nur eine erscheinung für diesen moment gewesen auf jeden fall es ist etwas da parallel es war wohl gesonnen alle waren auch gut drauf die etwas erlebt haben manche waren an dem supermarkt erst also nachdenklich und verwundert und dann lächelten sie aber auch dieses ging von dem einen nachmittag oder mittag dauerte dieser zustand an bis zum nächsten tag etwa gegen mittag das heißt zu hause sah ich auch noch in der nachbarschaft einzelne bei denen das auch war und wo ich dachte auch ein alien sozusagen oder wie man es nennen soll das wollte ich nur gerne mal kundtun und denen machen die die so etwas erleben davon zu berichten und das nicht zu verleugnen und nicht sich einreden lassen dass man verrückt ist oder krank ist sondern es ist wirklichkeit es ist nur eine andere stufe eine andere frequenz und ich würde mal sagen aus meinem empfinden heraus aus einem höheren dasein gekommen sozusagen und durchaus eigentlich alt bekannt man kann sich quasi man ist nicht erschrocken oder so sondern ja man nimmt es zur kenntnis als hätte man einen bestimmten punkt erreicht als hätten sich alle umstände alle faktoren optimiert und zusammengefügt und zusammengefügt dass man dieses erleben haben konnte es muss alles zusammenpassen alles stimmen und sonst nimmt man es nicht wahr es ist für unsere es ist viel feinstofflicher es ist für uns nicht wahrnehmbar im Alltag ja das wollte ich gerne sagen dass ich das erlebt habe und ich weiß es gibt also etwas was parallel geschieht ich habe auch von manchen berichtet wo manche gerne sagen möchten es ist ein Krankheitszustand oder so gewesen aber ich habe es geht ja nicht nur mit den Augen sondern man hat ja auch etwas empfunden und das habe ich bei meinen Erlebnissen auch und auch bei diesen Begegnungen hier an dem Supermarkt ist es ja nicht nur über die Augen sondern es gibt ja auch eine Kommunikation man lächelt sich so an und man kommuniziert irgendwie es ist ein frohes Gefühl da Fröhlichkeit wie ein Aufwachen im Moment man grüßt den anderen ohne jetzt irgendetwas zu sagen sondern der Blick grüßt und identifiziert einen als das war sehr schön und ich weiß dadurch ist mir klar es geschieht viel viel mehr als wir wissen und als uns die Medien vermitteln und vermutlich ist es so es baut sich jetzt etwas auf auf weil weil alle auch kosmischen Faktoren und die irdischen Faktoren einen bestimmten Punkt erreicht haben in denen das möglich ist es baut sich etwas auf und präsentiert sich etwas wo mir auch völlig klar ist es wird alles neu werden es wird sich alles verändern es ist jetzt nicht so das war jetzt einmal geschehen und jetzt geht es die nächsten tausend Jahre so weiter wie bisher sondern auch die Erde präsentiert sich neu anders würde so würde ich es mal formulieren dass auch die Erde einen Zustand erreicht hat wo sie einschreitet in eingreift in das geschehen und auch sozusagen die himmlischen Kräfte greifen greifen ein ich bin mal gespannt was geschehen wird was alles kommen wird und möchte nur allen Menschen Wut machen glaubt daran was ihr seht wenn ihr das auch fühlen könnt Emotionen habt so dass man sagen kann es kann nicht einfach nur eine Fata Morgana sein sozusagen eine optische Täuschung sondern da geht ja auch etwas ab man kann es nur niemandem erklären das ist das Dilemma man kann im normalen Alltag wenn niemand darüber reden diejenigen denen man das erzählt die tun es ab als wäre man entweder verrückt oder in einem Krankheitszustand gewesen und darum ist man auf sich selbst zurückgeworfen was schön ist ist dass man im Internet in letzter Zeit vermehrt Berichte hören kann sehen kann von Menschen die Ähnliches erlebt haben dann ist es wieder auch beruhigend und ja wo man weiß ja es geht etwas ab es geschieht etwas jetzt haben wir 2023 und von meinem Gefühl her insgesamt dann gehe ich mal davon aus es wird noch sich einiges offenbaren allein schon in diesem Jahr davon gehe ich mal aus dass es wieder irgendwelche Begegnungen gibt so das wollte ich jetzt sagen mein Fahrrad ist blau mein Hemd ist auch blau meine Hose ist auch blau ich bin aber nicht blau ich bin aber nicht blau und weil mein Fahrrad blau ist mit dem ich gefahren bin nenne ich dieses Video blu ja also schönes Wochenende schöne Zeit Schalom und falls ihr besondere Erlebnisse habt berichtet mal davon davon und keine Angst dass man sich blamiert und man muss einiges einstecken können man darf nicht zu empfindlich sein wenn jemand sagt das war Fantasie oder so nicht gleich verschreckt sich zusammenziehen oder weglaufen sondern stand auf bleiben und sagen nein ich fühle es war nicht nur Fantasie so alles okay und ich sage jetzt mal Schalom habt eine schöne Zeit ich freue mich auf das was geschieht weltweit ich freue mich darüber dass endlich irgendetwas geschieht an Veränderungen und schön ist diese Vorstellung nichts wird bleiben wie es ist das finde ich das ist schön sondern wir kommen so glaube ich auf eine höhere geistige Ebene und betrachten auch unseren Planeten von einer höheren geistigen Ebene und kommen auch dazu unseren Planeten mehr zu würdigen wahrzunehmen die Würde der Erde zum Beispiel die Würde der Wesen das muss ja etwas mit uns machen unser Handeln verändern ja und wir betrachten vermutlich alles anders dann das ist schön so okay und tschau schalom 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 schalom